Das heißt, wenn wir jetzt hier erstmal so Stufen, Stufen, Stufen machen, dann könnten wir hier so kabbeln, kabbeln, so, dann müssten wir hier ja seitlich rausgehen können. Wir sind auch schon knapp unter der Grasnarbe, das heißt, wenn wir das hier so machen, das hier so machen, ach da sind wir jetzt schon quasi auf den Öfen, auf den Öfen ist scheiße, aber das war noch schlechter. Ist ja jetzt mal rein logistisch schon eine Herausforderung, das Ganze hier, und da bräuchte ich schon wieder, machen wir hier auch mal, dann müssen wir hier ein bisschen rausbauen, jetzt nicht schlimm, können wir ja machen, dass jetzt kein Creeper mich in den Hintern beißt, wenn wir hier so schön über die Kante hängen, raus aus der Reling, ne, so, da ist der Eingangsbereich, können wir hier mit dem Kabel aufflastern einfach, so, 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 weil, genau, ne, der ist jetzt ja, ne, doch, 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 das gleiche wieder, also machen wir das so, 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 und dann machen wir das auch so, machen wir hier erstmal zu, zu ist auch gut, so, hier müssen wir nochmal kabel, damit wir hier so einen Stil durchziehen, und dann kabel ich erstmal nicht, weil dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht, so, ja, hier werden wir schon mal einen draußen, das könnte man hier so einen Slap machen, so einen Slap, Slap, davon habe ich sogar noch welche bei, wie praktisch, wie praktisch, und der kommt auf jeden Fall raus, und der auch, ähm, wenn wir jetzt hier so, der kann einfach ein Stück absenken, muss man von unten gucken, wie das dann aussieht, dann könnte man hier, da so machen, so, ähm, dann sind wir hier bei weitem nicht tief genug, irgendwo anzukommen, wahrscheinlich, ja, das ist ja alles hier schon wieder am Augen, Schönheitspreis gewinnen wir jetzt aktuell noch nicht mit der Konstruktion, glaube ich, fürchtig meine ich, so, dann machen wir das erstmal so, muss man von außen auch nochmal gucken, so, den nehmen wir noch raus, nehmen wir so ein, nehmen wir so ein, na, ist verwinkelt, aber geht noch, damit es nicht ganz so blöd wirkt, hauen wir hier noch alle draus, machen wir das dann so, da wird es interessant, damit, weil das geht da ja gar nicht, der Ofen da stört, nehmen wir den Ofen raus, den auch, da haben wir wieder eine Symmetrieachse, Symmetrie ist sowieso die beste Tri, ne, so, so, äh, nö, mich, mit dir, kommst du hier, löst ihn, so, und so, dies ist jetzt auch kacke, dann nehme ich auch raus, das ist jetzt nicht durch Kabel, mal gucken, ja, müssen wir das hier, ach, wie war das, äh, mittlerer, nein, shift, ah, ja, genau, so war das, shift und so, und so, möglich und jetzt auch nicht ganz so grausam, das hier nämlich noch so macht, sieht das doch fast vernünftig aus, also fast, wollen wir jetzt auch nicht übertreiben, äh, übertreiben hier, so, sowieso, weil die weil, wo die wo, so, das passt, das kann man nämlich hier auch schon, ah, okay, ich kann mal nicht hochgehen, das ist ungünstig, das geht auch nicht, okay, dann ist der aber noch mal nicht, ja, ja, das passt doch, oder, ja, glaube, sowieso, weil die weil, so, die geht auch nach innen, ne, ja, das hatten wir doch eben schon, äh, T, T wollte ich nicht schreiben, wollte die Taste drücken, also sie, dieser random generator von fuba ist nicht so der random dick, äh, der zufälligste, der random dickste, random dickste, naja, könnte schöner sein, einfach ausgedrückt, einfach ausgedrückt, einfach ausgedrückt, da unten muss ich dann auch noch mal was tun, aber das meinen die jetzt, die Fackel hier war auch schön, vielleicht könnte die so bleiben, hier oben sind ja gar keine Fackeln, bislang, das ist 5 breit, also könnten wir hier genau einsetzen, dann hätten wir hier wieder virtuelle 5, hier, äh, hier ebenfalls, ja, und dann ist das da wieder, hm, 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 da muss ich die Spitze hier vielleicht noch ein bisschen abtragen, weil sonst haben wir hier Spinnen drin, und das wollen wir ja nicht, Spinnen sind doof, so, das sind 2, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eins, zwei, drei. Äh, eins, zwei, drei. Ah, okay, ja. Juh, naja, fast. So, hier sieht es auch gut aus. Na ja, gut. Eigentlich schon gut, ja. Ist okay. Kann man mit, kann man mit um. So, dass die hier so eine leicht hellere Farbe haben, ist, wie doof. Aber man kann hier schön runterlatschen, das ist gut. So, hier müssen wir ja, eigentlich müssen wir hier ja, so. Genau. Genau, genau, genau. So, so, das geht auch raus. Nein, das, das, das. Hier kommt sowas hin. Das geht sogar noch ein, na. Werkzeug nehmen wir es manchmal gar nicht mal so verkehrt. So, das geht sogar noch ein Höher. Genau, genau, und dann ist das nämlich auf, der hier, hier drüber. Ja. Und von draußen gleich wieder tarnen, also mit Erde abdenken, damit es dann auch von außen wirkt, wie es denn wirken soll. Jetzt geht es auch. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020